Giri Varanathasana, die Stellung von Giri Varanatha, also die Stellung des großen Yogi's und Meisters namens Giri Varanatha. Svenja, Yoga-Lehrerin bei Yoga Vidya, zeigt, wie es geht. Ausgangsposition ist die Stellung auf den Zehenspitzen. Du stehst also auf den Zehenspitzen, Fersen oben. Dann gibst du die Knie nach außen und gibst die Fersen in die Anusgegend. Also die Fersen so nah wie möglich zusammen. Wenn es geht, ebenso unter den Kandapunkt oder unter den Anus. Auf diese Weise wird Energie Muladhara Chakra aktiviert. Indem du die Knie weit nach außen gibst, öffnest du dich. Dann gibst du die Arme über den Kopf und gibst die Handflächen zum Zusammen. Dann schaust du nach vorne oder fortgeschrittener wäre es noch, die Augen zu schließen. Giri heißt übrigens Berg. Giri Vara ist der beste Berg. Giri Vara ist manchmal die Bezeichnung für Govardhana. Und so ist dies ja auch eine Form der Berghaltung. Eben unten breit, oben eng. So sieht es eben ein Berg aus und eine Bergspitze. Und diese Stellung ist zwar nach Giri Vara Nata genannt, aber ähnelt einem Berg allerdings im Gleichgewicht. Eine gute Stellung, um Gleichgewicht zu entwickeln, Konzentration, innere Ruhe, Gemütsruhe und die Fähigkeit, ruhig zu bleiben, wenn alles Mögliche geschieht. So wie ein Berg ruhig steht, egal wie viel Stürme und Gewitter und Regen kommt, Berg bleibt ruhig. Soweit für heute. Mehr Informationen auf wiki.yoga-vidya.de und in der Yoga Vidya App.